Brot Brot hat für eine ausgewogene Ernährung eine grosse Bedeutung. Es ist nicht nur ein wichtiger Energielieferant, ohne dass es dick macht, es enthalten auch eine Vielzahl von lebenswichtigen Bau- und Schutzstoffen. Schon 100 Gramm von diesem Vollkorn-Brot decken einen guten Teil des Tagesbedarfs an Kohlenhydraten in Form von Stärke und Eiweiss. Und sie enthalten ebenfalls diese für die Verdauung so wichtigen Nahrungsfasern, aber nur wenig Fett. Natürlich hat es in diesem Brot auch Vitamine und Mineralstoffe. Aber auch wenn man nicht immer nur an gesundheitlichen Werten denkt, macht ein gobes Brotessen schmackhaft. Denn jeden Tag backen die Co-Bäckermeister in den verschiedenen Regionen über 140 verschiedene Brotsorten. Unter anderem verschiedenste Spezialbrote aus besonders wertvollen Mehl- und Kornmischungen. Als Beispiel erwähnen möchte ich heute das dunkle Spezialbrot aus Rauch- und Vollkornmehl mit 20% weniger Salzgehalt, das herzhafte Dinkelbrot, das mit verschiedenen Getreideflocken angereichert ist, oder Steinmühle voll Kornbrot aus Mehl, das besonders schonend zwischen Steinen gemahlen wurde. Sie sehen also, wir Co-Bäcker sorgen für offen, frische Abwechslung in Ihrem Brotkörbchen. Ja, und für Fallbeschäftigung bei mir im Laden. Grüezi miteinander. Eine von unseren 10 Ernährungsregeln betont, dass man mit dem Fett sparsam umgehen sollte und auch auf die versteckten Fette achten sollte. Wenig Fett, gerade so viel wie es braucht, enthalten das heutige Fitnessrezept. Das Flunderenfilet habe ich angetaue, wirze, gewaschen, gerüstet und in Streifen geschnitten. In wenig Butter dünste ich eine gehackte Zwiebeln an, gebe den Würz dazu, bis er zusammengehebt ist. Das Flunderenfilet würze ich mit wenig Salz, Knoblauchpulver, Pfeffer und frischen Kräutchen. Und dann rolle ich sie auf. Diese Rölle werden auf die Hälfte des Würzes in einer Gratinform verteilt und mit dem restlichen Würz zutickt. Dann legt man den Deckel auf die Form und fertig. Flunderenfilet und Würz enthalten so wenig Fett, dass man für den Herdöpfelgratin noch ein bisschen Halbramm verwenden kann. Das genaue Rezept, Sie wissen, steht in der Coop-Zeitung und im Teletext. Und ich wünsche Ihnen einen guten. Bis zum nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop Torina Sonnenblumenöl für nur 4,20 Liter. Alle Arni Einzeltafeln für nur 1 Franken. Und 4 mal 1 Liter operisierte Milch, 60 Rappen günstiger. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop Uva Italia Trauben. Das Kilo für nur 2,60. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017